Hallo, willkommen zur Syntax-Vorlesung. Wir sind in der achten Woche und reden über Sätze. Der Überblick, wie immer, Nebensätze und unabhängige Sätze sind das Thema. Und zwar werden wir zunächst über ihre Funktionen reden, die Begriffe Matrix-Satz, Nebensatz und Hauptsatz voneinander trennen. Dann über die Funktionen der unabhängigen und eingebetteten Sätze reden, also im Kontrast. Dann widmen wir uns der Form von Sätzen und zwar vor allem dem Aufbau von unabhängigen Sätzen. Wir haben ja gesehen, Nebensätze, eingeleitete Nebensätze zumal, sind sehr einfach strukturiert. Ein Komplementierer und eine VP bilden die KP. Wir werden sehen, dass in unabhängigen Sätzen so einiges passiert, also zu den Sätzen. Wir werden zunächst versuchen zu definieren, was ein unabhängiger Satz ist. Ich weiß, es gibt Kollegen, die finden die Rede vom unabhängigen Satz schwierig. Ich habe da nicht so große Probleme mit. Das Bild hängt an der Wand. Punkt. Hängt das Bild an der Wand? Fragezeichen. Was hängt an der Wand? All das sind unabhängige Sätze. Wie können wir unabhängige Sätze definieren, statt einfach nur drei Beispiele zu geben? Es sind Strukturen, in denen ein Verb bzw. ein Verbkomplex vorkommt und in dem alle Abhängigen des Verbs, Ergänzungen und Angaben, realisiert sind. Und diese Struktur hängt syntaktisch von keiner anderen Struktur ab. Anders als ein Nebensatz. Naja, und deswegen können wir den Nebensatz nicht unabhängig, alleinstehend verwenden. Diese Konstrukte hier aber schon. Insofern finde ich es auch sehr gerechtfertigt, von unabhängigen Sätzen zu sprechen. Wir können nun weiter über die Funktionsseite spekulieren und überlegen, ob die Pragmatik solcher unabhängiger Sätze ein Definitionskriterium sein kann. Da hört man manchmal, ein Satz könne eine Aussage oder, linguistisch, terminologisch spezieller, einen Sprechakt bilden oder realisieren. Und da frage ich, ist das jetzt wirklich ein gutes Kriterium? Die Post ist da, das ist gewiss ein grammatisch gesehen unabhängiger Satz und er konstituiert einen Sprechakt, wenn man ihn denn entsprechend ausspricht. Er vermittelt Informationen, nämlich zum Beispiel, dass die Post da ist und er kann auch darüber hinaus eine Funktion haben, zum Beispiel eine Aufforderung sein, die Post aus dem Briefkasten zu holen. Außerdem sehen wir hier einen kleinen Dialog zwischen Person A, die sagt, sie geht zum Training, Person B, entgegnet, obwohl es regnet, Ausrufezeichen. Hier sehen wir bei Person B einen grammatisch gesehen nicht unabhängigen Satz, nämlich einen Obwohl-Nebensatz, eine KP, die aber hier einen Sprechakt konstituiert. Wir können ja nicht sagen, dass B mit dieser Antwort nicht am Diskurs erfolgreich teilnimmt. Hurra! Gewiss können wir einen Sprechakt konstituieren mit dem Ausruf Hurra. Hurra als unabhängigen Satz zu bezeichnen, würde uns allerdings nicht wirklich weiterbringen in der Syntax. Nieder mit dem König. Das ist im Prinzip, naja, irgendeine Art von Phrase und sie kann selbstverständlich und hat auch in der Geschichte ein Sprechakt konstituieren mit einer entsprechenden Wirkung. Wir sehen, dass Sätze natürlich Sprechakte konstituieren, dass es aber auch Sprechakte gibt, die nicht auf einem Satz basieren, sondern auf anderen Arten von Äußerungen. Wir nehmen also die Sprechaktkonstitution nicht als definierendes Kriterium für Sätze. Sprechakte, das habe ich jetzt so untergeschoben, sind Äußerungsakte, Äußerungen mit pragmatischen Funktionen, also mit sprachlicher Handlungswirkung. Zum Beispiel im Minimalfall, dass Information fließt, aber vor allem auch, dass es zum Beispiel eine Aufforderung sein kann und so weiter und so weiter. Und wir fassen zusammen, Sätze, unabhängige Sätze sind selbstverständlich Sprechaktkonstituierend, aber es gibt ganz viele Sprechakte, die eben nicht durch vollständige unabhängige Sätze, sondern durch irgendetwas anderes kodiert werden. Nebensätze sind nun vollständig wie unabhängige Sätze, aber sie sind syntaktisch untergeordnet, sie sind syntaktisch so beschaffen, dass sie nicht alleine stehen können. Oft werden sie sogar, wie wir sehen werden, regiert. Ich will ganz kurz eingehen auf die Funktion von Hypotaxe, also von genau der Einbindung von Nebensatzstrukturen in Hauptsatzstrukturen. Das Gegenteil, zur Parataxe. Und das hat mit komplexen Sachverhalten zu tun. Wir können formulieren, es regnet, Juliette geht trotzdem zum Training. Das ist parataktisch, zwei unabhängige Sätze und die Relation wird durch trotzdem ein Adverb kodiert. Die Relation zwischen diesen beiden Sätzen. Äquivalent können wir formulieren, obwohl es regnet, geht Juliette zum Training. Das ist eine hypotaktische Variante zu der parataktischen Variante in A. Es regnet, deswegen fährt Adriana noch nicht nach Hause. Wieder kodiert ein Adverb die Relation zwischen den beiden Sätzen. Weil es regnet, fährt Adriana noch nicht nach Hause. Hier kodieren wir letztlich dieselbe Relation, verwenden aber einen Komplementierer und eine Nebensatzstruktur. Christine bleibt im Garten, damit sie nach der Hitze mehr vom Regen abbekommt. Hier wieder eine hypotaktische Variante. Christine bleibt im Garten. Das Ziel ist, dass sie nach der Hitze mehr vom Regen abbekommt. Sie sehen, hier ist es relativ schwierig, eine parataktische Variante zu finden, die näherungsweise so kompakt ist. Christine bleibt im Garten. Das Ziel ist das Abbekommen von mehr Regen nach der Hitze. Das ist hier eine andere Strategie, das mit einer parataktischen Konstruktion zu probieren. Auch die gefällt nicht wirklich. In all diesen Fällen versucht man einen komplexen Sachverhalt. Also ein Sachverhalt, der Ereignisse enthält, die zum Beispiel kausal mit anderen Ereignissen zusammenhängen. Oder, wie im Fall von Obwohl, die eigentlich in einer gewissen Weise widersprüchlich sind, aber sie finden trotzdem gleichzeitig statt. Normalerweise geht man vielleicht nicht zum Training, wenn es regnet. Das passiert in diesem Fall aber eben doch. All das sind Beschreibungen komplexer Sachverhalte. Und oft sind Para- und Hypotaxe, wie wir in den ersten beiden Beispielen gesehen haben, austauschbar. Beziehungsweise die Hypotaxe ist eine optionale Möglichkeit. In 7 scheiterte der Versuch weitgehend, eine parataktische und gleichzeitig elegante Formulierungsalternative zu finden. Das Oberthema bei Nebensätzen, bei Hypotaxe, ist also die Beschreibung komplexer Sachverhalte. Es gibt jetzt, wie wir sehen werden, verschiedene Arten von Nebensätzen. Wir haben mit dem sogenannten eingeleiteten Nebensatz, der KP, bisher nur einen Typus besprochen. Und ich werde jetzt ganz kurz eingehen auf die Funktion einzelner Nebensatzarten. Hier sehen wir nochmal so einen typischen eingeleiteten Nebensatz, also eine KP. Adriana weiß, dass es bald regnen wird. Adriana und Christine spielen Tennis, während es regnet. Das ist auch ein eingeleiteter Nebensatz, nur dass dieser hier wahrscheinlich eine Angabe ist und keine Ergänzung. Das ist ein sogenannter Adverbialsatz. Christine trifft später die Freundin, die eine Katze zu versorgen hat. Das ist eine völlig andere Art von Nebensatz, nämlich ein Relativsatz, der typischerweise in einer NP als Attribut nach den inneren Rechtsattributen eingebunden ist. Wir unterscheiden zwischen Komplementsatz oder Ergänzungssatz, sowie in 8, die sind regiert, die sind valenzgebunden, und Adverbialsätzen oder Angabensätzen, wie in 9, die sind nicht valenzgebunden und nicht regiert, und den Relativsätzen in 10, die ganz anders funktionieren. Komplementsätze und Adverbialsätze hängen vom Verb ab, Relativsätze von einem nominalen Kopf, meistens einem Substantiv. Und wir fragen jetzt, wie gesagt, nach den Funktionen. Für alle gilt auf jeden Fall eine Makrofunktion, nämlich dass sie es uns erlauben, dadurch, dass wir komplexe Sachverhalte formulieren können, unsere bildungssprachlichen Möglichkeiten zu erweitern. Bildungssprache besteht zu einem großen Teil eben darin, dass wir sprachliche Mittel einsetzen, mit denen wir komplexe Sachverhalte beschreiben. Das ist eine systemexterne Funktion. Wir können jetzt über systeminterne Funktionen reden und müssen uns dann ganz kurz überlegen, was die Semantik von Nebensatz und Matrix-Satz, das ist der Satz, in dem, oder die Konstituente, in der ein Nebensatz eingebettet ist. Und es wird dabei eine Rolle spielen, ob die Sätze, die Nebensätze, konzeptuell unabhängig sind und ob die Matrix konzeptuell unabhängig ist. Matrix, das ist die, wie ich gerade schon andeutete, einbettende Konstituente. Konzeptuelle Unabhängigkeit, nun, das ist einfach nur die Frage danach, ob der Satz bzw. Nebensatz alle Konstituenten enthält, die einen unabhängigen Satz bilden könnten. Nebensätze sind nicht unabhängig, das ist gerade der Punkt, deswegen sind es Nebensätze, aber wir können ja fragen, enthält dieser Nebensatz alle Zutaten, syntaktisch gesehen, sodass wir ihn umstellen können, ohne Weglassungen, um dadurch einen unabhängigen Satz zu erhalten. Und wie wir sehen, ist es auch durchaus zielführend, dasselbe zu fragen für die Matrix. Adriana weiß, dass es bald regnen wird. Der Nebensatz besteht aus dem Komplementierer und es bald regnen wird. Wir wissen, dass wir in einem unabhängigen Satz den Komplementierer nicht benötigen. Es wäre also die Frage, ob wir aus es bald regnen wird einen unabhängigen Satz bauen können. Und das können wir durch eine leichte Umstellung, es wird bald regnen. Dieser Nebensatz ist also konzeptuell unabhängig. Adriana weiß, ist dies nicht. Das heißt, die Matrix ohne den Nebensatz ist alleine nicht satzfähig. Und das ist ein wichtiger Punkt bei Komplement- bzw. Ergänzungssätzen. Sie sind selber, also die Nebensätze, konzeptuell unabhängig, aber die Matrix verlangt in der Regel nach diesem Nebensatz. Wir können ihn nicht weglassen, ohne dass der eigentliche, einbettende Satz unvollständig wird. Schauen wir uns das Ganze an für den Adverbialsatz. Adriana und Christine spielen Tennis, während es regnet. Der Nebensatz besteht aus dem Komplementierer während und es regnet. Es regnet, in dem Fall sogar ohne Umstellung, ist satzfähig. Also ist der Nebensatz konzeptuell unabhängig. Der Hauptsatz, Adriana und Christine spielen Tennis, ohne diesen Nebensatz, funktioniert auch sehr gut. Wir fassen zusammen, beim Adverbialsatz oder Angabensatz haben wir es mit selbst konzeptuell unabhängigen Nebensätzen zu tun. Die Matrix ist aber ebenfalls konzeptuell unabhängig. Und ganz am Rande, das ist der Grund, warum genau in diesen Fällen so oft Varianten existieren, wo wir die Relation zwischen dem, in diesem Fall, Haupt- und Nebensatz, Matrix- und Nebensatz durch ein Adverbial zum Beispiel herstellen können. Das sind die Sätze, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe. Beim Relativsatz, dessen Struktur wir nachher auch noch besprechen, können wir dieselbe Frage stellen. Wie verhält es sich mit der konzeptuellen Unabhängigkeit von Matrix und Nebensatz? Die Matrix eines Relativsatzes ist nun eine Nominalfrase. Christine trifft später die Freundin, deren Katze sie verwahren soll. Dieser Relativsatz, das wissen wir noch aus der Besprechung der Nominalfrase, gehört zu der Nominalfrase, die im Ganzen da lautet, die Freundin, deren Katze sie verwahren soll. Die Frage ist nun, ist, deren Katze sie verwahren soll, konzeptuell unabhängig? Nun ja, sie soll deren Katze verwahren. Im Prinzip sieht das so aus. Es ist nur etwas seltsam, dieses Pronomen, deren, in diesem unabhängigen Satz zu verwenden. Man müsste es eigentlich ändern, in sie soll ihre Katze verwahren oder so etwas. Die Matrix, wenn wir den Relativsatz entfernen, wäre die Freundin, mitnichten, konzeptuell unabhängig. Beim Relativsatz haben wir es also mit einer eingeschränkt konzeptuell unabhängigen Struktur zu tun. Da kommt dann immer ein Relativpronomen vor, das für einen unabhängigen Satz in der Regel die falsche Form hat. Die Matrix ist alles andere als konzeptuell unabhängig. Es ist dann einfach eine NP ohne einen Relativsatz. Das ist immer noch eine intakte NP, wie zum Beispiel die Freundin. Aber es kann auf keinen Fall daraus ein unabhängiger Satz werden. Kleine Notiz am Rande. Ein unabhängiger Satz wird vor allem dann sehr gut daraus, wenn wir sowohl die Matrix als auch den Relativsatz nehmen, also die gesamte NP, und diese umstellen, um einen unabhängigen Satz zu bilden. Die konzeptuelle Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von diesen Satzarten bzw. Nebensätzen und ihren Matrizes hängt nun ganz stark mit der Semantik dieser Konstrukte zusammen. Und da reden wir über Sachverhalte und Objekte. Ich verspreche Ihnen, das geht ganz schnell. Chloe lacht über den Regen. Das ist in einer ganz einfachen semantischen Betrachtung die Beschreibung eines Sachverhalts. Man könnte auch sagen eines Ereignisses, aber da es auch Zustandsbeschreibungen zum Beispiel gibt, ist Sachverhalt eigentlich die bessere Wortwahl. Eine Kommilitonin, die immer gute Fragen stellt, das ist eine NP. Sie bezeichnet offensichtlich keinen Sachverhalt, sondern eine Person. Und das ist genau der Unterschied. Sätze bezeichnen Sachverhalte, eigentlich vielleicht Mengen von Sachverhalten. Da müssen wir uns nicht groß mit aufhalten. Sagen wir Sachverhalte. Und Nominalfrasen bezeichnen Mengen von Objekten bzw. sagen wir einfach Objekte. Und hier sind ontologische Objekte gemeint, also nicht grammatische Objekte im Sinne von Akkusativ, Dativ usw. Die Semantik von Nebensätzen und ihren Matrizes sieht nun so aus. Mit diesen doppelten eckigen Klammern deuten wir hier an, dass wir über die Semantik der Konstituente reden, nicht über die Syntax. Und dann sehen wir, der Satz, Chloe weiß, dass ihre Freundinnen keinen Regen mögen, bezeichnet einen Sachverhalt. Sachverhalt 1. Das, was Chloe weiß, nämlich dass ihre Freundinnen keinen Regen mögen, also dieser Nebensatz hier, der Komplementsatz, bezeichnet ebenfalls einen Sachverhalt. Sachverhalt 2. Dieser Sachverhalt 2 ist der Inhalt von Chloes Wissen in diesem Fall. Und das ist genau der Grund, warum die Matrix nicht funktioniert ohne den Nebensatz in diesen Fällen. Warum die Matrix konzeptuell abhängig oder zumindest nicht konzeptuell unabhängig ist. Denn die Bedeutung der Matrix schließt die Bedeutung des Nebensatzes zwingend ein. Chloe geht zum Sport, obwohl es regnet. Hier haben wir es mit einem Adverbialsatz bzw. Angabensatz zu tun. Und Sie sehen, Chloe geht zum Sport, bezeichnet einen Sachverhalt. Es regnet, bezeichnet einen anderen Sachverhalt. Der Komplementierer obwohl stellt hier eine Relation zwischen diesen beiden Sachverhalten her. Aber der eine Sachverhalt ist nicht Teil des anderen. Chloe ist eine Sportlerin, der Regen nichts ausmacht. Eine Sportlerin, der Regen nichts ausmacht, bezeichnet nun eben Objekte. Also Gegenstände in diesem Fall einen Menschen bzw. mehrere Menschen. Deswegen Objekt. In dieser Objektbeschreibung haben wir aber wieder die Beschreibung eines Sachverhalts. Nämlich, dass dieser Person Regen nichts ausmacht. Und das ist hier der Relativsatz. Zusammengefasst können wir sagen Komplement- und Ergänzungssätze. Da haben wir es mit zwei Sachverhaltsbeschreibungen zu tun. Und der Nebensatz-Sachverhalt ist Teil des Matrix-Sachverhalts. Zum Beispiel beschreibt er den Inhalt des Wissens einer Person. Bei Adverbial- oder eben Angabensätzen haben wir es auch mit zwei Sachverhalten zu tun. Es besteht aber keine Einschlussrelation. Es wird vielmehr durch den Komplementierer eine argumentative oder rhetorische Relation hergestellt. Wie zum Beispiel die adversative Relation durch den Komplementierer Obwohl. Bei Relativsätzen haben wir nun eine ganz andere Situation. Da haben wir es mit einer Objektbeschreibung zu tun und einer Beschreibung eines zusätzlichen Sachverhalts bezüglich dieser Objekte. Die Menge der Objekte, um die es geht, wird also charakterisiert dadurch, dass wir sagen, sie sind Teil eines Sachverhalts. Das klingt vielleicht jetzt erstmal unnötig kompliziert. Ich versichere Ihnen aber, das ist es nicht, wenn Sie sich Gedanken darüber machen wollen, warum wir Nebensätze überhaupt haben. Und wie sich die verschiedenen Nebensatztypen auch funktional unterscheiden. Die Syntax werde ich Ihnen jetzt gleich beschreiben und das ist natürlich wieder viel übersichtlicher, weil es rein formal ist. Aber wir wollen ja vielleicht nicht die Form völlig losgelöst von der Funktion beschreiben. Und ich zeige Ihnen jetzt wieder Beispiele. Wir wissen, dass der Arzt das Bild schnell gemalt hat. Diesen Satz kennen wir schon. Hier haben wir einen Nebensatz mit einer VP. Der unabhängige Satz, den wir aus diesen Konstituenten bauen können, wäre, der Arzt hat das Bild schnell gemalt. Oder das Bild hat der Arzt schnell gemalt. Oder schnell hat der Arzt das Bild gemalt. Sie sehen, wenn wir einen unabhängigen Satz machen aus dieser VP, wird nicht nur umgestellt, sondern wir bekommen plötzlich verschiedene Möglichkeiten. Hat der Arzt das Bild schnell gemalt? Das ist eine Ja-Nein, eine sogenannte Entscheidungsfrage. Da steht jetzt das finite Verb plötzlich vorne. Das infinite bleibt, wie schon im Aussagesatz, hinten. In dem Relativsatz haben wir Neil besucht den Arzt, der das Bild schnell gemalt hat. Da sehen wir, der Arzt wird letzten Endes zur Matrix und in dem Relativsatz stehen die Verben aber schön zusammen hinten, so wie hier oben im normalen Nebensatz, also der VP innerhalb der KP. Die Aufgabe einer Syntax ist es nun, das zu beschreiben, und zwar Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wenn ich Ihnen jetzt gleich zu vermitteln versuche, dass die optimale Beschreibung hier eine ist, bei der wir Wörter hin und her bewegen und Phrasen, dann liegt das nicht daran, dass ich Ihnen eine möglichst formale, möglichst manierierte Beschreibung der deutschen Syntax präsentieren möchte, sondern dass diese Verhältnisse nicht anders zu beschreiben sind. Es gibt keine erfolgreiche Syntax, keine Syntaxtheorie für das Deutsche, die ohne diese Art von Beschreibung auskommt. Und das liegt daran, wie sich hier die Konstituenten, speziell auch die Verben, hin und her bewegen zwischen diesen Satzarten. Der Vorteil an der normalen VP in der KP, mit der wir angefangen haben, ist, dass alle Ergänzungen und Angaben des Verbs in einer Kette in der VP realisiert werden und am Ende stehen die Verben. Und Sie sehen schon, dass das in allen anderen Versionen nicht ganz der Fall ist. Ansonsten werden nämlich die Abhängigen des Verbs irgendwie komisch verteilt. Die Verben stehen nicht alle zusammen am Ende. Naja, und hier bei den Relativsätzen steht immer ein ganz bestimmtes Element ganz vorne. Und wenn wir jetzt die Stellung wie in 22, die VP in der KP, zugrunde legen, dann können wir das Verhältnis zwischen Verb und den Abhängigen in Phrasen und Sätzen wunderschön kompakt abhandeln. Zur Erinnerung nochmal die Komplementierer-Phrase. Da haben wir den Komplementierer, der ist der Kopf der KP. Und er verlangt eine Verbphrase, eine VP, in der der Verbkomplex intakt am Ende steht, dass Ischariot dem Arzt das Bild heimlich verkauft hat. In der KP haben wir immer Verb-Letztstellung, VL. Wenn wir uns überlegen, was wir tun müssen, um daraus einen Ja-Nein-Fragesatz zu machen, also einen Entscheidungsfragesatz, wo das finite Verb am Anfang steht, dann müssen wir das finite Verb an den Anfang, nach ganz links stellen. Wir nehmen also die VP, entfernen das finite Verb und bewegen es ganz an den Anfang vor die VP. Dann bekommen wir, hat Ischariot dem Arzt das Bild heimlich verkauft. Und Sie sehen schon, diese einfache Operation zu sagen, na gut, wenn du aus einer VP, einer intakten VP, einen Entscheidungsfragesatz machen willst, nimm das finite Verb und schiebe es ganz nach vorne. Das war's schon. Die Analyse, die irgendwie Bewegung oder so etwas annimmt, die zwingt sich praktisch auf. Das Resultat ist hier Verberststellung. Wenn wir von der Verberststellung ausgehen und überlegen, was müssen wir denn jetzt tun, um daraus einen Verb-Zweitsatz zu machen, dann müssen wir nichts anderes tun, als eine beliebige Phrase aus der VP ganz nach links noch vor das finite Verb zu stellen. Wir hatten vorher, hat Ischariot dem Arzt das Bild heimlich verkauft. Das hatten wir erzeugt aus Ischariot, dem Arzt das Bild heimlich verkauft hat. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel Ischariot heraus, stellen ihn noch vor hat. Und dann haben wir den Aussagesatz. Diese zwei Bewegungsoperationen sind alles, was Sie brauchen, um Syntax in Nebensätzen, unabhängigen Ja-Nein-Fragesätzen und unabhängigen Aussagesätzen zu beschreiben. Das, was vorhin noch so unübersichtlich aussah, das Verb ist plötzlich irgendwo und dann steht irgendetwas davor oder auch nicht, das können wir auf diese beiden Verschiebeoperationen herunterbrechen. Das Resultat dieser zweiten Verschiebung ist Verbzweitstellung. Das, was wir im Deutschen in unabhängigen Aussagesätzen haben. Und es ist jetzt nicht so, wie manche Schulbücher suggerieren, dass das Subjekt nach vorne gestellt wird. Wir können ein Akkusativ voranstellen. Das Bild hat Ischariot dem Arzt heimlich verkauft. Wir können auch ein Dativobjekt voranstellen. Dem Arzt hat Ischariot das Bild heimlich verkauft. Oder eine Adverbialphrase. Eine adverbiale Bestimmung, wie Sie vielleicht in der Schule sagen würden. Heimlich hat Ischariot dem Arzt das Bild verkauft. Sie sehen also, dass wir nicht mal festlegen müssen, welche Phrase vor das finite Verb gestellt wird. Es ist im Prinzip irgendeine. Und es ist auch nicht am häufigsten das Subjekt, sondern es ist tatsächlich sehr häufig eine Adverbialphrase. Die ganze scheinbare Komplexität der Syntax unabhängiger Sätze können wir aus zwei Verschiebeoperationen auf Basis der normalen VP beschreiben. Das Schema des Verb-Erstsatzes, also der Ja-Nein-Frage, sieht nun einfach so aus. Sie erinnern sich, das ist das, was passiert. Wir beschreiben das folgendermaßen. Der Fragesatz besteht aus einem finiten Verb. Da schreiben wir die 1 dran, denn wir wollen sagen, dass danach eine VP kommt, in der genau dieses Verb fehlt. Denn, wenn Sie sich mal überlegen, was hier übrig bleibt, dann ist das eine VP, in der das finite Verb fehlt. Und die Stelle, an der es fehlt, kennzeichnen wir einfach mit einem T, das den Index trägt, den auch die bewegte Konstituente trägt. In diesem Fall das bewegte Verb. T steht für Englisch Trace, also Spur. Das können wir nicht anders benennen, weil T wirklich in so ziemlich jeder Syntax die Standardabkürzung für diese Lücken ist. Das Schema des Verb-Zweitsatzes, also des Aussagesatzes, Sie erinnern sich, da haben wir zwei Umstellungen. Hier entsteht eine Lücke, weil wir das finite Verb bewegen. Hier entsteht eine Lücke irgendwo, weil wir eine Phrase entfernt haben. Sieht dann so aus. Ein Satz besteht immer aus drei Teilen einer bewegten, beliebigen Phrase. XP steht für einfach für x-beliebige Phrase. Und die bekommt den Index 2, jetzt in diesem Fall. Und das finite Verb bekommt den Index 1. Und danach steht eine VP, in der fehlt diese Konstituente und das finite Verb. Sehen Sie? Genau das haben Sie hier. Ischariot heimlich verkauft. Da fehlt das Bild und da fehlt hat. Und zwar an dieser Stelle und an dieser Stelle. Ich sage es gleich dazu, die Stelle, an der Sie diese zweite Spur markieren, das ist relativ irrelevant, denn wir haben hier zusätzlich Scrambling. Das heißt, wir können nicht 100% sicher sagen, an welcher Stelle innerhalb der VP diese NP stehen würde, wenn sie denn nicht bewegt worden wäre. Also machen Sie sich nicht zu viel Gedanken, wo Sie diese Spur hinsetzen. Das können Sie vielleicht in weiteren Semestern, wenn es ein bisschen mehr ins Detail geht, sich dann noch informiert ansehen. Die Frage, die sich vielleicht einigen stellt, die sehr systematisch über Syntax bereits nachdenken, ist, hat der Satz dann einen Kopf? Nun, in dieser Analyse nicht, in anderen Analysen durchaus. Sollten Sie jetzt denken, dass das Ganze vielleicht etwas unnötig kompliziert ist und warum müssen wir denn irgendwas bewegen? Können wir das nicht einfach so beschreiben? Warum müssen wir denn da Zusammenhänge zwischen Neben- und Hauptsatz, Nebensatz und unabhängigem Satz beschreiben? Da zeige ich Ihnen jetzt noch was. Schauen Sie sich das an. Und dann wird noch hier Sarah bewegt. Wir hätten auch den Kuchen bewegen können, vielleicht sogar alleine. Und wie sonst wollen Sie hier erklären, dass da so eine Klammer entsteht aus einem Teil des Verbs und einem anderen Teil des Verbs, die sich auf den Anfang und das Ende der Konstruktion verteilen? Ein weiteres Argument dafür, dass wir irgendeine Analyse brauchen, die so etwas wie Bewegung modelliert. Wer möchte jetzt immer noch den Verb-Zweitsatz ohne Bezug zum Verb-Letztsatz, also zum Nebensatz, beschreiben? Vor allem wenn Sie das möchten, dann schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, wie genau Sie das machen möchten. Sie müssen ja in der Lage sein zu erklären, welche syntaktischen Strukturen des Deutschen es gibt. Und wenn Sie mit einer solchen Analyse nicht zufrieden sind, denken Sie darüber nach, wie Sie das ansonsten beschreiben wollen. Copula-Sätze, das sind jetzt Sätze mit Sein, Bleiben und Werden und zum Beispiel einer Adjektivphrase als prädikativer Konstituente, da kommen wir nochmal drauf, brauchen eigentlich kein eigenes Schema. Wir können einfach so etwas wie, die Frau ist stolz auf ihre Tochter, folgendermaßen modellieren. Wir haben eine ganz normale VP. Da gehört die Frau hinein, stolz auf ihre Tochter, die AP. Und dann haben wir hier im Verbkomplex das Auxiliar, das Hilfsverb, Sein. Und wenn wir das Verb bewegen und in dem Fall das Subjekt, dann bleibt hier hinten in der VP nur noch die AP stolz auf ihre Tochter übrig. Das ist soweit erstmal relativ einfach. Das nur am Rande, falls Sie sich gefragt haben, wie man solche Strukturen analysiert. Die Copula regiert also hier eine AP, manchmal auch eine NP oder PP und den Nominativ, die Nominativ-NP, das sogenannte Subjekt und der Rest ergibt sich automatisch. Die AP in dieser Position hat jedoch eine etwas andere Konstituentenstellung als die Attributive. Die auf ihre Tochter stolze Frau. Da wird was umgestellt. Das ist aber nur ein kleiner Ausblick, dass auch solche Strukturen im Prinzip mit dem gegebenen Schema beschreibbar sind. Das war schon die Beschreibung der Syntax unabhängiger Sätze. Das ist nicht so viel. Sie brauchen die Nebensatzstruktur, zwei Umstellungsoperationen und dann sind Sie fertig. Nächste Woche geht es im Detail nochmal um Nebensätze und zwar um die Fragen, wo stehen denn die Nebensätze im Matrix-Satz und wir werden uns die Struktur von Relativsätzen genauer ansehen. Die ist ja bei der Beschreibung diese Woche noch offen geblieben, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Auf jeden Fall lohnt es sich jetzt, vorher und nachher nochmal ins Buch reinzuschauen und in diesem Sinne bis nächste Woche. Vielen Dank. Vielen Dank.